Change is the only constant. Das habe ich in meiner langjährigen Erfahrung in Führungspositionen in internationalen Konzernen gelernt. Die Digitalisierung ist so eine Veränderung, die uns alle betrifft und auch alle Unternehmen betrifft. Ich zeige Ihnen, welche Werkzeuge es für den B2B-Vertrieb und das Marketing in der digitalen Wirtschaft gibt. Ich zeige Ihnen, wie Sie dieses Wissen für sich und Ihr Unternehmen nützen können. Dafür bringe ich nicht nur mein persönliches Engagement ein, sondern auch meine persönliche Erfahrung mit diesem Wissen und diesen Werkzeugen. Und ich helfe Ihnen zu nachhaltigem Erfolg in der Nutzung der digitalen Welt für Ihr Unternehmen.